So, hallo und alle zu einem kleinen neuen Tutorial und heute geht es darum, wie man Nether-Portale synchronisiert. Ich wurde da mehrfach gefragt darüber, weil ich das ja in Craft-Tech momentan die ganze Zeit mache und ich mache jetzt einfach mal ein extra Video dazu, damit ich die Fragen ein für alle mal kläre. Was heißt das Nether-Portal synchronisieren? Das ist jetzt die Frage für diejenigen, die davon noch nichts wissen. Ich erkläre es ganz kurz. Und zwar haben wir immer folgendes Problemchen. Wenn wir irgendwo auf der Welt ein Portal erstellen, ein Höllenportal, keine Ahnung, irgendwo auf der Karte, dann gehen wir da rein, dann landen wir in der Hölle. Dann können wir da wieder zurückgehen, also wieder in der Oberwelt und hin und her. Ist ja klar, kein Ding. Wenn wir allerdings hier vielleicht eine zweite Basis oder so bauen, die vielleicht so 100 Blöcke entfernt ist, hier hinten irgendwo oder so, und hier auch ein Portal bauen, dann kommen wir aber im selben Portal der Hölle raus, was wir da vorne erstellt haben. Allerdings sind wir doch an einem ganz anderen Ort, also müssten wir eigentlich auch an einem ganz anderen Ort in der Hölle rauskommen. Und das, meine Freunde, ist ein Bug, den es schon ziemlich lange gibt und der auch nicht gefixt wurde. Erst wenn wir eine relativ signifikante Menge an Blöcken Entfernung zurückgelegt haben, wird es automatisch erkannt und es wird ein neues Portal in der Hölle generiert. Aber jetzt ist es so, dass wir vielleicht eine Stadt haben, wo Darnabase ist, Darnabase, Darnabase. Die sind nicht so weit auseinander. Wenn die allerdings ein Portal machen würden, landen die alle beim selben Portal. Und wenn die zurückgehen, landen die alle auch wieder am Spawn und nicht in ihren Häusern in den Portalen, wo sie reingegangen sind. Und das ist doof. Und wie man diese Portale jetzt verbinden kann durch die Hölle, das zeige ich euch jetzt. Kleines Beispiel vielleicht am besten. Wir teleportieren uns mal zu den Koordinaten 0,0. Und sind jetzt hier auf dem Block. Man landet immer bei 0,5. Da man in der Mitte des Blocks sich befindet, wenn man zur Seite geht, dann geht man an die Kanten. Dann geht man hier auf 0 und da auf 0. Also wenn man es wirklich exakt auf 0 haben will, müsste ich hier so auf die Kante gehen. Dann bin ich hier wirklich 0,0. Also, wir nehmen uns mal diesen Block hier. Okay. Und hier bauen wir jetzt ganz einfach mal ein Portal hin. Dafür brauchen wir Obsidian. So. Und wir brauchen einen Flintenstil. Gut. Und da brauche ich jetzt erstmal ein kleines, aber feines Portal hin mit der Ausrichtung Richtung Norden und Süden. Die Ausrichtung kann teilweise auch wichtig sein. Wenn es mal nicht geht, dann liegt es da dran, dass das Netz nicht geklappt hat. So. Ich mache die Portale aber ein bisschen größer, weil die ein bisschen schöner dann aussehen. und haue die Ecken weg, bam, bam, bam. Und außerdem kriegen wir so, dass dann hin, dass wir immer einen Punkt haben oder einen Block, der in der Mitte der, oder das Portal genau in der Mitte von den Koordinaten steht. Wenn wir halt nur das normale Portal machen, das sind nur zwei Blöcke breit und dann steht das nicht ganz so mittig drauf. Egal. Ich hoffe, wir wissen, was ich meine. So. Dann haben wir das Portal gemacht. Sieht dann so aus. Und das zünden wir an. Und dann gehen wir mal in die Hölle rein. Wir sind jetzt gerade an den 0,0,0,0,0 Koordinaten gewesen. Und die Hölle leckt gerade irgendwie aus welchen Gründen auch immer. Ich habe es nicht herausgekriegt. Ich habe gerade schon mal getestet. Bis hier die Chunks gelangen sind. Lackt das immer so ein bisschen. Und ja. Gut. Wir haben jetzt ein Portal der Hölle erstellt. Jetzt das Beispiel, was ich dazu sagen wollte. Übrigens, das Portal hier muss nicht unbedingt auf 0,0 sein. Das kann generell sich ein paar Blöcke unterscheiden. Also 9 und minus 3. Aber dieses Portal ist jetzt mit dem Portal in der Oberwelt, wo wir für den Oberwurm reingegangen sind, verbunden. Immer wenn du hier reingehst, landest du in dem. Und wenn du oben reingehst, gelandest du in dem. Jetzt kleines Beispiel. Ich gehe wieder zurück. Und ich suche mir andere Koordinaten. Und zwar gehe ich mal zu 0 und 80. Also 80 Blöcke entfernt. Wenn ich da jetzt ein Portal baue, ich falle auch mal kurz wieder runter. Also hier auf diesem Block. Wenn ich hier jetzt ein Portal bauen würde, wieder 1, 2, 3 und dann wieder bababababam. Mit derselben Ausrichtung übrigens. Am besten. Oder bestenfalls. So. Das kommt auch weg. So. Und das dann anzünde. Dann landen wir allerdings nicht im neuen Portal, wie ich es gerade schon erklärt habe. Sondern wir landen im selben. Was ist aber, wenn ich jetzt ein neues Portal haben möchte? Irgendwie leckt das hier in dieser Version. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Leckt auch ohne Aufnahme. So. Wir sind jetzt im selben Portal rausgekommen. Aber wir sind nicht durchs selben Portal reingegangen. Also müsste auch hier entfernt ein neues Portal entstehen. Geht aber nicht der Fall. Und wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, lande ich wieder bei Portal Nummero 1. Bei 0, 0. Aber ich bin doch da hinten reingegangen. Bin im Portal Hölle gelandet. Und durch das Portal Hölle bin ich hier zurück. Weil das Portal, mit dem der Hölle verbunden ist, das ist eine Hölle mit dem hier. Und wenn ich da reingehe, ist es durch einen Bug, sodass kein neues Portal generiert wird. Sondern das bereits vorhandene hiervon genommen wird. Nur landest hier. Und das kann unter Umständen zu Problemen führen, weil es einfach unübersichtlich ist. Was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir rechnen ein bisschen mit den Koordinaten. Wir wissen, dass in der Oberwelt 8 Blöcke für die Hölle nur ein Block ist. Du kannst in der Hölle also weit reisen. Gehst hier rein, reißt in der Hölle 100 Blöcke, baust ein Portal. Und dann bist du praktisch in der Oberwelt, theoretisch, das Achtfache davon gereist. Und jetzt verlinken wir einfach mal das Portal mit einem Neuen der Welt. Wir sind jetzt 80 Blöcke in die Richtung gerade geflogen. Also könnten wir auch einfach das runterbrechen. Wieder in die Hölle gehen. Nach so einem Slack wieder. Ich habe herausgefunden, wieso. Das ist eine Flight Map, die ich mir einfach erstellt habe. Das heißt, eigentlich sollte da nicht so viel ruckeln. Und jetzt kann ich ja theoretisch einfach mal hingehen. Mir die Koordinaten wieder ansehen. Ich bin ja in der Z-Koordinate 80 Blöcke gegangen. Wir sind jetzt hier bei 0,0 ursprünglich gewesen. Moment, müssen wir hier lang? Ich glaube, das Portal hat sich auch nicht richtig ausgerichtet. Wir hatten ja 0,0,0 als Ursprungsstandort. Und das andere Portal war bei 0, keine Ahnung, 10, 80. Und wenn wir das in die Höllenkoordinaten umrechnen, müssen wir 0 und Z-Koordinate 10 nehmen. Weil wir es dadurch 8 teilen müssen jeweils. Also müssen wir gucken, so von hier vielleicht auf die Koordinate 0 gehen. Und jetzt da auf die Koordinate 10 fliegen. 0 und 10. Das wäre ungefähr dann hier. Und dann müssten wir hier praktisch das zweite Portal hinbauen. Achtung, mal ganz kurz hier. Ah, ich baue mich kurz zur Seite. 0 und 10. Sind wir noch nicht ganz da. Jetzt sind wir da. 1 zur Seite. Hier müssen wir hin. Und wir sind nach Norden und Süden ausgerichtet. Also so. Wir bauen hier das zweite Portal hin. Ich mache es auch wieder groß, weil ich eben die großen Portale mag. Dann auch wieder hier einzeln. Und das zünden wir dann an. Und dann kommen wir jetzt bei dem zweiten Portal raus, was wir an den Koordinaten sehen müssen. Nämlich 0 und halt die Y-Koordinate und die 80. Y-Koordinate ist übrigens egal. Es kommt nur auf die Richtung an, in der wir uns befinden. Und wie ihr gerade sehen könnt, hier ist das Portal 80 Blöcke entfernt. Eine sehr, sehr große Entfernung. In der Hölle ist das andere Portal aber nur. Die Lecks ist ein bisschen mal schwer beim Erklären. So ein kleines Stück entfernt. Das sind 10 Blöcke. Also ein Zehntel davon. Und normalerweise, also die Portale spawnen nicht immer punktgenau. Wenn wir das Portal jetzt auch umsetzen würden auf 0.0.0. Wirklich was wir hier hatten. 0.0.0. Das wäre dann ungefähr hier. Dann könnten wir das Portal hier sogar zerstören. Das andere. Und haben ein geordnetes, komplettes Portalleben hier in der Hölle. So, das machen wir nochmal weg. Das Portal machen wir auch weg. Und jetzt synchronisiert sich das neue Portal, was wir bauen, mit dem ersten wieder. Weil wir die entsprechenden Höllenkoordinaten von der Oberwelt, genau. Oder die Oberweltkoordinaten in die Hölle verschoben haben. Jetzt auch wieder drei Blöcke hier. Da drei Blöcke. Dann wieder hier drei Blöcke. Bam, bam, bam. Dann da drauf. Das zünde ich an. Und jetzt haben wir exakt die Situation nachgebildet von der Oberwelt in die Unterwelt. Dieses Bild entspricht genau dem Bild von hier oben diesem. Und hier sind wir wieder bei 0.0. 0.0. In der Hölle ebenfalls 0.0. Hier haben wir 0.10 bei dem zweiten Portal. Und das ist umgerechnet der Oberwelt 0.80. Und so müsst ihr einfach nur die Koordinaten umrechnen. Und ihr habt es. So. Das heißt, hier durchgehen bei 0.10. Und wir kommen bei 0.80 raus. Ganz einfach. Das war es. Einfach ein kleines bisschen Zahlen würfeln. Und ihr könnt es auch mal verifizieren, indem ihr oben links meine Koordinaten anschaut, dass wir mal im richtigen Portal rauskommen. Und ja. Die sind jetzt synchronisiert. Also. Base A. Base B. In der Hölle ebenfalls zwei Portale. Und so kann man sich theoretisch einen Portalraum bauen. Wenn man ein bisschen rumspielt, kriegt man es vielleicht sogar hin, dass man in der Hölle ein bisschen rotieren kann. Dass sie nach links oder nach rechts zeigen. Und da kann man rund so eine Art Raum anordnen. Aber ich sag mal so. Das Portal in der Oberwelt sucht sich immer das nächste Portal in der Hölle. Wenn wir also das Höllenportal um drei Blöcke nach hinten verschieben würden, dann wäre es theoretisch so, dass es vielleicht auch noch synchronisiert wäre. Auch wenn es nicht an exakt denselben Koordinaten steht. Da kann man vielleicht ein kleines bisschen schummeln, wenn wir was Schönes bauen möchten. Also so eine Art Portalraum. Dass die wirklich so angeordnet sind wie im Floh-Netzwerk aus dem Zaubereiministerium oder sowas im Dreh. Da müssen die auch sortiert sein. Auch wenn die Basen in Wirklichkeit nicht in dieser exakten Reihenfolge angeordnet wären. Und es ist einfach super nützlich, das irgendwie zu bauen. Und ja. Man kann weite Strecken einerseits halt durch Hölle. hinter sich bringen und man kann es auch richtig schön ordnen. Schönen Portalraum machen. Also auf einem Server, wo viele, viele Leute spielen. Einfach genauso machen. Gut. Vielleicht nochmal zusammenfassen. Erstens Portal bauen. Zweitens Portal der Hölle generieren, indem man einmal durchgeht. Drittens die Koordinaten nehmen und ausrechnen. Von dem Portal, was man praktisch hat. Oder von dem neuen Portal, was man braucht. Die Koordinaten umrechnen. Die Höllenkoordinaten. Dann in die Hölle gehen. Und bei diesen Höllenkoordinaten dann das neue Portal bauen. Und schon hat man die beiden Portalen miteinander verlinkt. Und ja. Mehr oder weniger wäre es auch schon gewesen. Ich weiß, es ist ein bisschen vielleicht schwer zu erklären, den Sachverhalt. Ich war eigentlich auch zu faul, mich da mal reinzudenken. Aber mittlerweile denke ich mir, ja. Es ist eigentlich ja ganz einfach. Oder wie auch immer. Und auch ganz nützlich. Und ich werde jetzt ab sofort in jedem Projekt machen, dass ich einfach so einen Portalraum baue, wo viele Leute oder so sind. Weil es einfach übelst effizient ist und sehr nützlich ist. Und naja. Falls dazu noch Fragen sind, haut es in die Kommentare. Aber ich versuche mal so ausführlich wie möglich alles zu erklären. Und vielleicht nochmal zu wiederholen. Und ja. Dann wäre es das gewesen. Ich freue mich auf das nächste Tutorial. Mal gucken. Vielleicht kommt mir das ein. Das war auch ein Vorschlag von euch. Wenn ihr den habt, gerne auch reinschreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Lass garten. Und tschüss.